Ich kann aber auch die Vorderkonstruktion hier abreißen und das Ding ein bisschen zurücksetzen. Kann man leider nicht mit Sticks machen. Anwand? Sticks. Sticks in Stones mit Break My Bones. Ah, so ging das. Also irgendwas funktioniert hier nicht. Dieser Denker hat versagt. Die Leiter. Ich meine natürlich die Leiter innen. Also manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Das ist belastend. Vielleicht liegt es wirklich an der hinteren Konstruktion hier. Vielleicht die einfach abreißen und dann geht das. Wir haben ja noch genug Testschweine. Eins, zwei, drei, vier Leitern bräuchte ich noch. Ui, ich bin nicht gestorben. Vielleicht an der Leiter war. Er ist nicht gestorben, verbrennt ihn. Nein. Momentan können wir nur hängen. Der Schalter auf dem Städt noch nicht. Der ist das nächste Projekt. Das Wichtigste. Der Schalter auf dem Städt noch nicht. So, Leine, nächstes Schwein. Bretter wurden auch Real-Galgen getestet, einfach mit Schweinen. Hm, manchmal auch mit Menschen. Jetzt gibt es eine Leiter nach oben, Mori, jetzt kannst du dir die Glocke angucken, komm. Sieht wirklich beeindruckend mickrig aus. Also es funktioniert nicht gut, ich baue das Ding ein bisschen höher und eins weiter zurück. Sollte es tun, was es tun soll. Au. Mensch. Hm. Ist doch noch morgens, quasi. Okay. Ah ja. Diese sehr gewaltige Glocke. Eine sehr gewaltige Glocke. Sieht halt sehr... Sieht halt sehr... Sieht halt sehr... Der Klang ist auch wundervoll. Ich höre ihn nicht. Ich höre ihn nicht. Ich habe Minecraft stumm geschaltet. Ja gut, dann baue ich mal weiter in meinem Projekt. Und mein Projekt scheint wohl dann ein Marktplatz zu sein als nächstes. Vielleicht kann man ja was aus drum bauen und so. Bei der Glocke? Mit Goldblöcken kann man da vielleicht was umbauen. Ja, es geht schon. Jetzt wollen wir das Gold finden. Gold in Nether unendlich viel. In Nether wollte ich auch mal wieder reingehen. Musst du ja eh für Gold. So. Dann. Ja, Gold kann ich gebaut und für die Kirche. Einiges ist aus Gold in der Kirche. Alles ist aus Gold. Jetzt sehen wir was in der Kirche aus Gold ist. Oder aus Gold sein sollte. Ja, viele sind aus Stein. Marmor. Aus Marmor, ja. Aus Marmor. Also ich glaube, eine Kirche auszurauben, das wäre... Dann hast du ausgesorgt. Ja. In fact so eine heiligen Figur aus Gold nehmen. Einschmelz. Das Barren verkaufen. Moralisch vielleicht nicht gut, aber finanziell wahrscheinlich sehr lohnend. Oh, das sieht cool aus. Deine Oma würde dich dafür enterben, aber... Ja. Meine Oma würde mich enterben wahrscheinlich. Ja, scheiße. Ich wollte es eins höher bauen. Hier läuft mir ein Schwein rum, während ich hier die Treppe abbaue. Die laufen mir überall rum. Überall. Das habe ich so zu bringen jetzt. Mori, du musst mir hier mal ein Schwein hängen. Das ist halt... Stört den Baumeister beim Kirchbau. Dafür muss es hängen. Die Hexe. So, wir brauchen noch eine Eile. Oder? Brauchen wir noch eine Treppe mehr? Ja, wir brauchen noch eine Treppe mehr. So. Brauchen wir noch eins zur Deko weiter vorne. So. Ja, mächtig. Mächtig prächtig. Was gibt mir nur deine Kirche? Ja. Ich beschäftige mich währenddessen mit den wichtigen Dingen. Wie wir am besten Schweine umbringen. Von innen wird es noch, aber ja. Bänke passt. Moment, ich mach mal ganz kurz die Inneneinrichtung fertig. Achter Gott. Wird halt eine Kirche ohne Seitenschiffe. Ich glaube, das darf sich. Warte kurz, ich mach mal eben die Inneneinrichtung. Oder ich baue hier noch welche an. Was tust du? Die Inneneinrichtung bauen. Nee, nee. Fertig. Wobei? Mal schauen. Moment. Ich möchte mal kurz probieren. Wie das aussieht. Du kannst ja eh alles abreißen. Das ist ja nur Holz. Ein Mittelgang muss es noch geben. Der Mittelgang ist... Ja, der ist zu schmal. Warum ist der zu schmal? Ein Block reicht doch. Ist doch ein Meter. Nee, nee. Dann muss mindestens fünf Blöcke breit sein. Ja gut, aber ich finde es geht. Das kannst du machen. Ja, aber nicht in der Breite. Warum? Du kannst einen Block breit hier durchgehen. Ansonsten verkürzt es halt nochmal um eins. Noch aus dem Treppen. Danke. Hm. Sieht ein bisschen sehr groß aus. Und was sieht groß aus? Auf die Vorlage werde ich jetzt keinen Witz bringen, aber der Galgen sieht groß aus. Hm. So. Machen wir einmal hier hin das Ding. Okay. Und entfernen die beiden Dinger noch. Sehr schön. Na dann. Wenn Mordi mit seinem Geilen fertig ist. So gut wie. Die Deko kommt als nächstes Mal. Dann können wir Schluss machen. Ja, erstmal ist die Funktion jetzt wichtig. Dass die Schreine auch konstant sterben. Jo. Schalte an. Ähm. Man müsste sich mal selber. Man müsste sich selber mal hängen können. Schade. Kannst du? Du brauchst nur ein Pferd. So. Boing. Ups. Das war vielleicht zu krass. Es ist gestorben. Es ist gestorben, aber es ist zu früh gestorben. Das soll es ja auch nicht. Nein, wir wollen ja nicht gegen Nicke brechen. Das soll noch ein bisschen leiden. Für seine Taten. Ja. Komm her, Schwein. Einigermaßen Interventionen. Nice. Jetzt ist es ein Block zu hoch. Verdammt nochmal. Hm. Dann kommen wir so einen Block niedriger. Ah, ein schönes Bild. Ja. Die Geigen vor der Kirche. Haben wir noch ein Schwein irgendwo? Da hinten haben wir noch zwei. Sonst gehen langsam die Testschweine aus. So. Drei, zwei, eins und. Positionierung ist falsch. Die Positionierung ist falsch. Ach, nö. Also, doch wieder eins nach vorne. Naja, stimmt sowas einen Block zu hoch. Wo ist der Zaun hingeflogen? Du musstest einen halben Block machen. Mach doch einen halben Block dazwischen. Und wenn es einen halben Block zu hoch und beim nächsten Mal haben wir einen Block zu niedrig, mach einen halben Block. Wenn es einen Block zu hoch ist. Ich kann aber einen halben Block keinen Zaun hinhängen. Blöderweise. Hm. Ein halber Block wäre halt ideal, aber wir müssen es halt so probieren. Wir haben noch ein Testschwein, das muss gehen. Vielleicht kannst du unten drunter einen halben Block machen. Ich kann auch keine Falltür an einen halben Block setzen. Hm. Sicher? Hundert Prozent. Das habe ich vorhin bei meinem auch getestet. Komm, komm, komm. Lauf mal einfach runter. Vielleicht sollte ich einen Gang bauen oder sowas. Hm. Du könntest auch das Huhn aufhängen. Jetzt noch einen Huhn. Probier mal was. Kann ich die auch einfach damit connecten? Ich habe hier noch einen Huhn für dich. Falls du brauchst. Du musst vielleicht alle Falltöne hier gleichzeitig auslösen. Moment, das probiere ich mal. Das kann aber noch ein bisschen dauern dann. Das Huhn hängt. Das Huhn hängt und es wird ewig hängen. Das ist kein Fallschaden kriegt. Okay. Ah, das ist ja noch ein Schwein. Ja. So, ich würde dann... Moment. Ich würde dann bald schon aufhören. Halt schon rum. Ja, da müssen auch noch Fenster rein. In die Seite. Aber das dann später. Oh. So. Hier geht es runter. Ah, ja. So. Alles Huhn da los. So. Einfach einmal testen, ob die Theorie funktioniert, ob das Schwein dann nicht mehr fällt. Beziehungsweise direkt Fallschaden kriegt, sondern da auf der Fläche von den Dingern überlebt. 위해서 ein Superform rücken. Und dann cuales teorisch. Alle Schaben verschwinden. Zu 근� Britney. Wie. Schau mir noch mal den Leuchtturm an. Der ist nicht fertig geworden. Da brauchst du schon was anderem auf, wo der noch nicht fertig ist. Nee, nee. Moment, wie wäre die einfachste Idee überhaupt? Ich brauch einfach eine Treppe dahin. Sobald ich die von der Seite ranführen kann. Abgesehen davon sind Geigen ja normalerweise eher höher gestellt. Also die sind normalerweise eher auf dem Podest, was halt so ein bisschen... Das ist das Podest. Das Podest ist normalerweise noch ein bisschen, da kannst du fast unten durchlaufen. Das ist halt unten drunter. So, haben wir noch ein Schwein irgendwo. Man kann schon hochlaufen auf den Leuchtturm. Ja, ja, das kann man. Ah, hier haben wir noch ein Schwein. Sehr helles Holz hier drin. Eiche. Ganz normale Eiche. Und oben schwarze Eiche. Ja. Hier muss noch ein Feuer hin. Großes Feuer. Ich bin auch noch nicht ansatzweise fertig. Oh. Man hat einen schönen Ausblick. Von oben. Das glaube ich. So, Schwein. Kommen Sie, bitte. Bitte. Das hat das lange gedauert, die Kirche fertigzustellen. Und sie ist noch nicht fertig. Ja, nee, dass wir den Schwein das wettet. Wir müssen auf Kühle zurückgreifen. Wir haben eine größere Hitbox. Wir müssen auf Kühle zurückgreifen. Kaut es in die Kühle zurückgreifen. Oh, momentan. Wie funktionieren noch mal Pistons? Keine Ahnung. Eventuell wäre so ein... Nee, die ersten Block groß und nicht nur einen halben. Da oben steht immer noch der Müllhaufen auf dem Berg. Nehmen wir doch einfach mal einen Piston. Mit dem Müllhaufen bleibt. Bin ich gegen. Bin ich für. Müllhaufen sind gut. Das sehe ich anders. Wir brauchen doch sowieso ein Endlager. Weil Endlager sind gut. Das sehe ich anders. Ich aber nicht. Das sehe ich anders. Nichts darf man in diesem Land mehr sagen. Nee, nee. Die da oben. Immer die da oben. Die nehmen uns unsere Meinung weg. Stimmt gar nicht. Du bist oben auf dem Kirchen. Ich glaube, realistisch gesehen dürfte ich weiter unten sein. Ich glaube, die Mauer, ich bin gerade auf dem Mauerturm. Da ist ein bisschen... Ich glaube, du bist gerade ein bisschen... Wir sind fast gleich auf. Wir sind fast gleich auf, aber... Tatsächlich dürfte es nur sein. Auf einer... Auf dem Galgen vor einer Kirche. Also, ich glaube, wir sind gleich auf. Nein, du bleibst. Ich glaube, der Kolben könnte funktionieren. Ehrlich gesagt realistisch gesehen. Er ist genau einen halben Block höher, den wir brauchten. Aber komm, du denk mal auf die Mauer hier. Wenn wir unseren Brünn berüchtigten Abschluss mal machen können. Und damit ist das letzte Test-Schwein weg. Dann können wir ja Schluss machen. Ah, Moment. Die Positionierung war gut. Die Umsetzung war scheiße. Irgendwo hier haben wir doch bestimmt noch eins. Geht nicht so aus. Hier vom Berg kann man tatsächlich... Jetzt hat man hier den Geigen drauf. Die Kirche und die Mauer und den Turm. Dann müssen wir doch hier wieder vom Berg, von der Werkspitze aus. Vom Müllhafen aus. Das ist halt schwierig, weil der Müllhafen im Weg steht. Das ist halt scheiße. Kann man ja nicht mehr richtig Abschluss machen. Das Abschlussberg. Und gerne in der Leere dort drüben. Dein Pferd darf ich nicht kurz benutzen, oder? Mein was? Dein Pferd. Auf gar keinen Fall. Schade. Da kann noch ein großer Markenplatz entstehen. Was? Warst du bei mir auf dem verlassenen Berg? Na komm mal hoch. Moment. Ich will das jetzt durch haben. Das wirst du heute nicht mehr schaffen. Ich will einen Test machen. Es muss funktionieren jetzt. Dann lass mein Pferd in Ruhe. Du brauchst irgendein Tier, was kein Huhn ist. Nimm doch eins von Prof Kühn. Das wird er nicht bemerken. Denn doch dort in seinem Stall und in seinem Käfig dort. Wunder ist Pür. Ich würde trotzdem gerne Schwein benutzen, weil Schweine haben die beste Hitbox dafür. Tja. In der Kirche ist keins mehr, oder? Das ist nur ein Schausblick. Nee, in der Kirche ist nichts. Na, dann muss bis zum nächsten Mal warten. Aber interessant ist, dass man hier die... Man sieht die Kühe nicht. Die sind zu klein. Und werden hier rausgepixelt. Ah ja. Moment. Jetzt ist das... Das dumme Ding im Weg hier. Ich bin auf dem Weg. Ja, wenn jetzt dieser Klotz nicht im Weg wäre, könnte man die Kirche und die Mauer drauf. Das ist ein Teil von dem... Dann hau halt den Teil weg. Hat dich so sehr stört. Ich habe sehr viel Schwarzeiche. Ich kann wieder alles ausgleichen, was du kaputt machst. Ah, die Treppen noch. Irgendwas noch. Hier ein Stein. Und ein bisschen Erde. Und ein paar Falltüren. Damit sollte das Ding wieder ordentlich anwachsen. Anwesend. Können wir irgendwann mal einen Schrottplatz bauen. Dann können wir sowas aufbauen. Ich hoffe mal das Ding gespeichert. Also das kann jederzeit wieder überall hingebrotten werden. Ja. Kannst du auf den Schrottplatz dann bauen. Wir haben jetzt... Das habe ich schon auf den Community-Server, wo ich bin. Auf Enters-Community-Server habe ich das dann drauf gemacht. Weil ich dann gesagt habe. Dann können wir mal einen Schrottplatz machen. Für... Das ist einfach die Idee, dass da Leute hinkommen können. Vom Server, die was... Die was brauchen. Und dass du einfach dort... Irgendwie... Ein paar Eisenblöcke hast. Die du nicht mehr brauchst. Weil du schon 120 Eisenblöcke hast. Dann kannst du dann dort hinlegen. Und dann können sich andere da... Was wegnehmen. Die noch keine Eisen haben. Die können sich das dann wegnehmen. Momentan liegt da sehr viel Koppel rum. Koppelstohn. Und wer halt ein Haus bauen will. Irgendwie aus... Steinen. Zittert. Und dann ist die Spitze. Dann baut sich da was weg. Das ist ja auch hier mal sinnvoll. Irgendwo ein eingezäuntes Gebiet können wir da machen. Dann kann man da... Meter hoch in die Luft. Der Berg. Dieser Berg. Genau der hier. Und das finde ich halt schlecht. Weil der hat halt... Das hat halt Ausblick auf das Dorf von hier aus. Da würde ich vielleicht irgendwann mal... Vielleicht kann man da eine Aussichtsplattform hinbauen. Da mal irgendwie mal was. Das ist die Aussichtsplattform. Dann kann man da vielleicht irgendwie mal hier eine Garsschebe irgendwie da reinbauen und so. Und da mal... Ein paar Tische und Stühle. Das ist die Aussichtsplattform. Bauen wir noch was Schönes draus. Das ist... Das ist schön. Das ist der ganze Müll aus dem Inventar. Ja. Oder auch nicht. Der Inventarmüll. Und schon wurde es umdesignt. Und man kommt immer noch bis ganz oben. Nicht mehr lange. Brauchst du grad das ganze Ding ab? Nicht das ganze. Ganz oben kommst du nicht ran, oder? Ah, du brauchst wieder Erde ran. Schön. Gefällt mir. Ich hab noch ein bisschen Schwarz-Eichenmüll. Ich hab noch ein bisschen Schwarz-Eichenmüll. Nein. Wo willst du denn du Sicht haben? Du kannst doch einfach hoch gehen. Nee, kenn ich halt nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hast du ja auch alles abgebaut. Man kann doch hier ganz einfach hoch springen. Oder konnte. Wenn du Müll verunschaltst, schneidest du dir das doch auf. Das ist kein Müll. Das ist Kunst. Das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Ich sag, bei Baris Ferraris würdest du dafür 80 Euro kriegen. Mindestens. Ja. Ein Taufen Müll. Bekannt von YouTube. Eine Sicht reicht nicht mal, um den Leuchtturm zu sehen. Meine schon. Ja, 15, dann reicht's auch. Aber dann. Ist auch schon Ende. Ach, das sieht auch gut aus. Ja, guck mal. Wenn ich jetzt hier stehe, habe ich da einen schönen... Wenn ich fast einen Wahlberuf... Kann man ein Wallpaper draus machen. Ja, schön. Du kannst auch einfach hier hoch gehen. Dafür, wo es gedacht ist. Ja, ja. Ich kann hier sogar noch eine kleine Ebene hinbauen für dich. Moment. Das... Der Geil ist nicht mehr ganz drauf. Aber dein Hof ist hier unten drauf. Deine... Deine Hütte. Profshütte. Meine... Meine Höhle. Sehr schön. Braue dir hier sogar eine kleine Aussichtsplattform. Na, komm mal runter hier. Ich will Schluss machen. Ja, komm halt erstmal hoch, dann kannst du die Aussicht richtig sehen. Nö. So wie sie gedacht ist. Weigert es dich, diesen Müllhaufen hier zu akzeptieren, oder? Ja. Was? Kein Gott. Ich sehe es als das, was es ist. Als Müll, in dem ich gerade sterbe. Das waren die Tornbüsche. Wir haben leider kein... Wir haben leider kein... Wir haben leider... Wir haben leider... Ich sollte hier einen Schrottplatzhund abstellen. Nein, soll ich. Moment, das mache ich noch eben. Das hier ist jetzt der deklarierte Schrottplatz. Auf gar keinen Fall. Doch. Das bestimme ich jetzt. Ach, der Strick. Das kann man hier nicht mal rauf. Ich denke jetzt, dass das hier der Schrottplatz ist. Ich stelle sogar ein Schild auf. Nee, 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 nee. Welchen von den Hunden nehmen wir? Ich komme nur auf deine beschissene Plattform. Kommst du überhaupt hoch? Bin doch oben. Meine Fresse. Also, ist es eine gute Aussicht, oder ist es keine gute Aussicht? Definitiv nicht. Das ist eine gute Aussicht. Da versperrt dir nämlich nichts hinweg, weil du an der höchsten... Doch, die Plattform, auf der ich stehe. Die Plattform. Die scheiß Plattform, auf der ich stehe. Dann guck sie nicht an. Das ist eine dreckige Plattform hier. Wir bringen jetzt sogar unseren eigenen Schrottplatzhund mit hoch. Ich habe noch ein bisschen TNT dort. Ich springe das in die Luft. Ich komme hier mal hoch auf deine verdreckte Plattform. Er kommt. Dann können wir das Ding mal endlich beenden. Ich stehe mir schon seit 4 Minuten 40. Fast 5 Stunden. Der Hund sitzt. Der wird das Ding jetzt beschützen mit seinem Leben. Ich werde einen anderen Aussichtspunkt finden. Ja, wirst du. Der hier bleibt. Das ist der einzige Dreck hier im Dorf, das ist hier. Ja, der einzige Dreck. Das scheiß Haufen hier, der da oben noch steht. Denk doch mal. Wenn du das Ding hier abbaust, wo sollen denn noch die ganzen Kinder spielen und sich verletzen? Die Kinder können auch in das Fahrhaus, was ich noch bauen werde. Dann kommt ein großer Keller rein und dann können die Kinder spielen. Den Keller musst du unbedingt bauen. Der Keller am Fahrhaus, da kommen die ganzen Kinder rein. Da können sie spielen. Dann kriegen sie auch mal Süßigkeiten. Ja. Also wie sich das gehört vielleicht. Süßigkeiten, ja. Sehr fleischige Süßigkeiten, ne? So eine Beefy oder so. Beefy Wall. Beefy Wall. Ja. Ja. Ja, das sieht doch ganz nett aus. Dass alles ausgeleuchtet ist, stört mich ein bisschen, aber muss halt leider sein. Ja. Na dann. Wundervoll. Also gut, ich logge mich aus. Und ich beende auch den Stream. Ja. So. Slash Home. Robertulo. Sehr schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017